ja ok schmeiß den anker einschlagen super war perfekt kommen wir super schnell weg die schatzkarte ja dadurch also da müsste was drin sein wir sind auf hollows creek oder okay die banane hätte ich gleich essen brauchst du nicht alles gut so die kämpfenden krabben am strand gehen sind westen sie wirkt ein kostbares geheimnis okay da hinten sind nein bei sonne eine schlange au au shit sie hat mich vergiftet er zieht tot genau grab sechs schritte gegen südosten kompass 123 ich glaube ich habe erzählt oder ich habe zeit geguckt was für hilfe ja alles gut gerade süd süd osten linda doofe nummer ok süd süd osten 1 2 3 4 5 6 ich glaube hier nö super ich guck mal eben auf die karte nein warte ich glaube es gibt noch mehr nee im südwesten es gibt noch mehr stellt sich jetzt die frage wie weit die schritte sind es gibt glaube ich mehr kämpfende krabben nicht hier ich glaube wir sind voll falsch es gibt nämlich irgendwie noch im südwesten auch noch kämpfende krabben wohl ich höre schlange ich höre schlange ich habe eine höhne gefunden okay gehen wir da mal rein vielleicht finden sie ja was anderes schlange schlange irgendwo Ja, hier, vor mir. Ich ess mal eben ne Banane. Gibt's hier irgendwas? Ah, Bananen. Hier riecht auch ein Schweinespeise, den hab ich aber noch nicht mitgenommen. Vielleicht gibt's ja noch was anderes. Ne, da ist ein Ausgang. Es gibt auch jetzt mehrere Ausgänge, ja, mehrere. Ja. Ach, schau mal. Was denn? Hier hab ich, hier ist, äh... Das hab ich schon mal gesehen. Okay. Okay, gehen Südwesten, Krabben am Strand. Ah, hier, ich hab was. Wo bist du? Ganz nach Südwesten. Bist du hier rausgegangen oder bist du woanders gegangen? Ich glaub, ja, ich bin am Strand. Wo denn da? Welche Richtung? Äh, Südost... äh, Südwesten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hallo? nach langen suchen ich habe eine sehr geräuschvolle maus wahrscheinlich oder ja die kriegt was für jess die tostatur von sacher fahr meinte okay dann lass uns mal suchen wahrscheinlich die kleine schwester von jess ja ich glaube gerade hier durchs wasser müssen unser schiff mal wieder finden würde ich sagen ich laufe einfach wir uns mal gemerkt hätten wo wir hin müssen so So, schwimmen wir schnell rüber. Hast du es überstanden? Jo. Okay. Jetzt hab ich hier noch was stehen. Ach ja, das Devil's Ridge, ne? Ja. Glaube ich wohl. Da. Da. Südost. Machen wir uns schnell hin auf den Weg. Schärfst du? Kann ich machen. Nach Südost. Mal gucken, ob wir dran vorbei... Oh, da ist ein Schiffswrack. Geradeaus. Oh, cool. Soll ich da drauf zufahren? Mhm. Könnten wir vielleicht noch irgendwas bekommen oder so. Ja. Tadadan, tada, 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 tada. Sagst du, wenn ich ankern soll? Ja, ich kann dir so... Ich seh nicht genau, wo das Schiffswrack ist. Ah, ich mach mal einfach, ja? Ne, ne, warte, warte. Warte. Ich bin zu spät. Hm. Hm. Okay, mach nochmal hoch. Hm. 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 Und jetzt runter. Hm. Hm. ok dann guck mal ob da was ist ich bleib mal eben hier oben jetzt kann hier sein ich muss nur mal eben an die oberfläche ein moment ich glaube wir sind ja schön alleine hier ist nix gelobigung ich glaube du bist das schuld aber weil du glaube ich bin die truhe gefunden hast ich habe keine gekriegt weil ich schon ein paar minuten alleine gespielt habe da kann es sein dass ich das gefunden habe ich guck noch mal ob es hier noch andere sachen gibt ich denke fest nicht so gut ich komme jetzt gleich hoch ich habe nichts gesehen da war nichts mehr würde ich sagen ich sollte eine banane essen ja so und weiter kurs ist super naja fast super müssen bisschen aufpassen dass ich da nicht ich mach mich mal ja wink mal lieber die fahren glaube ich wir fahren einfach so dass wir möglichst hast du geschossen nein nein die haben geschlossen okay ich habe zurück geschlossen aber gut ich weiß nicht ob die wenden ich gucke zu kurz okay wir drehen ab nach osten würde ich sagen zum outpost was die kanone nachgeladen ja doch so gefreut bin ich mhm magst du auf den mast gehen und äh schauen ob die irgendwo sind ich glaube die sind ah die liegen auf der anderen seite ich meine die sind gerade hinter dem felsen ich will jetzt aber auch nicht mit den felsen ne einfach nur gucken ob du die siehst jetzt ist alles möglich jetzt ist alles möglich jetzt ist alles möglich okay komm schon mal runter und nimm dir die teure kiste würde ich sagen ob die sie lieber im schiff gefunden haben oder ich weiß gar nicht welche von denen teurer ist also die eine die sind äh die truhe des blinderers das sind beides truhe des blinderers okay ich glaube das sind beides die gleichen nur die eine die ist mit mir schon jetzt getätigst du dann auf den anker oder ja wollte ich eigentlich okay alles klar aber irgendwie hat es nicht funktioniert hallo tja blöd scheiße ich hab den anker nicht reingekriegt bin irgendwie da dran gekommen und dann doch nicht wahrscheinlich auf D gedrückt ne möglich ich bin am anker die steht da hinten dieses mega schiff welches mega schiff der drei master ja noch drei noch zwei und ne doch noch nicht halten 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 und rein ich geh dann schon mal runter ja mach das naja so schlecht stehen wir ja dann doch nicht ja genau deswegen hab ich wollte ich da halten damit falls die irgendjemand hier auf dem august abgesetzt haben ja ist doch super für die andere haben wir nur 300 gekriegt aber ist ja nicht schlimm so probieren wir es nochmal nach devils ridge zu kommen oder wir müssen einfach nur nach süden dann am anker liegen da mach ich den anker liegen sooo ne das falsch ich falsch ich bin falsch ich bin falsch ok nur gerade so nein einmal zu viel gedreht nicht sollte nicht gleichzeitig versuchen zu gucken ob irgendwas im chat passiert oder und dann ein bisschen hier auf dem schiff zu laufen so kur sieht gut aus oder warte ich gehe mal vor quer ab weil dahinten das sieht so aus als wäre ein strand ok hauen rein und rein da ja ich denke schon also das eigentlich so der ja ich habe den ja übern haufen geschossen ok das heißt wir müssen höhlen eingang suchen aber das ist ja cool vielleicht gibt es ja noch einen anderen schatz oder so hallo schweinklien ich war hier in dem mini teig schwimmen ich habe gedacht vielleicht liegt da irgendwo ein schatz drin ich bin hier den weg ich habe eine flaschenpost flaschenpost nein eine spur habe ich gefunden wow die spur ist unter was oh gut aber hier ist auch ein wasserfall ja aber es ist ja kein höhlenwasserfall und ich habe eine höhle gefunden die war neben dem wasser und da bin ich nicht weiter gelaufen weil ich da direkt den schatz gefunden habe ok aber das ist nicht der schatz weil die nächstes jahr austragen genau verwirrend verwirrend so ich bin oberhalb des schiffs ich nehme mich immer so rum also so ich bin ich habe eine höhle gefunden so ich bin hinter diesem wasserfall aber wo kein schatz ne das wird hier nicht sein weil ich sammle mal derweil andere dinge mach das ich suche mal so ah ich habe den höhlenwasserfall ähm nordwesten 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 9 9 8 9 9 10 12 12 12 13 14 15 15 14 14 15 15 15 15 16 16 Schießt du? Nein, ich werde beschossen. Jetzt hab ich beschossen. Sieben Schritte nach Nordwest. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Irgendwo hier also. Und das ist der falsche Hügel im Wasser. Ah nein, ich glaube ich habe was gefunden. Ja, ich hab sie. Ja, ich muss sie noch ausgraben und da muss sie ja mal rausfinden. Fahrt abgeschossen. Und... ...Klückkopf. Sooo... Oh nein. Und ich habe noch eine Kiste gefunden. Boah, super. Das ist cool. Ich muss jetzt mal gucken, was ich mir hier nicht verlaufe. Unten kam eine Kiste. Ha, ich habe rausgefunden. Ähm, wo ist denn... Jetzt muss ich aber wieder zurückfinden. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So. Schnell schwimmen wir rüber. Ja, ist das gut. Ich hab das Boot gefunden. Das ist gut. Ich schwimm schon mal rüber. Ach, verdammt. Ich kann aber nicht ins Wasser springen. Warum? Weil da der Stück kommt. Ach so. Okay. Dann wär blöd. Oh, ich weiß es nicht. Nein! Ah! Oh, ey. Was denn? Ich bin runtergefallen. Aber glücklicherweise habe ich gerade den Abschnitt gefunden, wo... ...der Strand nicht so breit war. Aber ich muss jetzt eine ganze Ecke schwimmen. Wo bist denn du? Äh, ich bin praktisch direkt vorm Bug. Nur irgendwie 150 Meter. Ich könnte ja losfahren. Da ist so eine Mini-Insel. Ja, genau. Dann geh ich auf die Mini-Insel. Ich bin nämlich genau daneben. Ich werde mich dann vor die Falle machen. Also ich gehe Steuerbord da dran.